Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Blends vs. Zombies Garden Warfare zusammen mit dem Arti. Hallo. Und wir spielen heute Abschuss bestätigt. Mal schauen, ob jetzt beide Zombie sind. Also ich bin Zombie. Perfekt. Ich hoffe bloß, dass jetzt hier noch was los ist. Ja, ja, es waren gerade froh und haben sich alle abgemeldet, jetzt wo wir gekommen sind. Ja, es geht noch. Vier gegen vier. Prima. So, von mir wurde gewünscht, dass ich mal wieder den normalen All-Star spiele, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das mache ich auch, weil All-Star ist cool. Ich mag die Klasse. Wünsche von Charakteren, die ich sowieso gerne und häufig spiele, die nehme ich sehr gerne entgegen. Ja, ist klar. Wenn ihr euch jetzt einen Wissenschaftler wünscht, sieht es ein bisschen anders aus, gestandenermaßen. Ja. Ihr werdet alle sterben. Nein. Da hinten ist ein Eiskaktus hinter dir. Was? Hinter mir? Ja, ich glaube, das bist du, ne? Ja, der rennt doch da hoch. Da schießt gerade was anderes. Der rennt gerade hoch auf den Balkon. Ich renne ihm hinterher. Und weiche geschickt seinen Minen aus. Habe ich ihn erwischt? So. Ich habe ihn weggestummt. Wo habe ich denn denn hingestummt? Wo bist denn du hin? Ach, da oben. Ja, ich habe diesen... Da ist der Eiskaktus. Ach, der lebt noch. Nee, jetzt nicht mehr. Du kannst sagen, der hat nämlich... Nein, ich bin eingeschleimt. Oh, pass auf. Oh. Meine Kugel. Nein, jetzt hat er mich gefressen. Warum hat er dich eingeschleimt und mich gefressen? Das ist nicht in Ordnung. Frechheit. Oh, ich habe noch einen Spieler besiegt. Kannst du mal sehen. Ach, explosive Haftkugel. Sehr schön. Du bist ja direkt bei mir. Ja. Da ist der Sonnenblumen. Die schnappen wir uns. Was spielst du denn? Spielst du ein bisschen Schöpfer? Ja. Ach, in den Paljon-Tologen. Oh, da war... Die habe ich nicht gesehen. Verdammt. Ach, shit. Wie hat denn der mich mit der Stachelmunition... Ich hatte doch noch über 100 Leben, oder nicht? Hm. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Bist du schnell mit dem Kram? Boah, wer macht denn da so einen üblen Elektroschaden? Nein. Das waren zu viele Pflanzen. Hier ist aber auch was los. Ich glaube, die Sam... Hm? Ich kann deine Kugel nicht retten. Hier sind zu viele unterwegs gerade. Ja, ja. Die rotten sich zusammen. Ich möchte gar nicht schießen, weil ich Angst habe. Dann wissen sie, wo ich bin. Oh, 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 oh. Jetzt wissen sie sowieso, wo du bist, doch? Ja, ich wurde auch eingeschleimt. Das ist immer, immer, immer ein angstvolles Zeichen, so. Oh, bin ich... Kann ich heute wieder Jut treffen. Falls es dich tröstet. Ich habe noch keinen erschossen. Ich weiß heute gar nichts. So. Okay, jetzt habe ich jemanden... ...besiegt und dann wird mich gleichzeitig selbst eingefroren. Hilfe. Jetzt wissen sie, wo ich bin. Sie kommen, um mich zu holen. Ja, komm her, du, du. Komm. Nee, 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 veriss es. Klopp, klopp, klopp. Ha! Na? Machst du alle platt? Ich höre das schon, du bist unser Retter. Schlimm, was hier alles auf dem Boden liegt. Ich muss echt aufpassen, wo man hinläuft. Nein, ich bin eingeschleimt. Ich bin eingeschleimt. Schlecht. 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 Nein. Aber ich kann Kugeln retten. Nein, die ist auch schon weg. Ich konnte trotzdem noch zwei Kugeln retten. Aber keine von mir. Du bist einsam, du bist gleich tot. Oh, Mann, ich will leben, ich will leben. Ich bin schon wieder tot. Ich habe deine Kugel. Von mir, echt? Nein. Oh, scheiße. Ich habe dich fast wiederbelebt. Der böse Schnapper. Also, momentan helfe ich der Gegenseite, glaube ich, mehr als unserer. Spion! Paul Proof! Ich mache das auch nicht absichtlich. Och, voll in der Kartoffelmähne reingerannt. Das hat ihm das Leben gerettet, den Typen. Das ist eine doofe Kartoffelmähne. Oh. Hat das wieder nicht gerade was zum Heilen hingestellt? Ja, 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 ja. Na toll. Ja, war gut. Gar nicht. Hier ist irgendwo ein Schnapper. Hier ist ein Schnapper. Hier ist ein Schnapper. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Oh. Hol meine Kugel, hol meine Kugel. Hab ich, hab ich. Gut, 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 gut. Ich höre ein Schnapper. Der ist hier irgendwo. Ich stirbe ein Schnapper. Er ist tot. Gut. Magst du mich wiederbeleben? Wo bist du? Da. Du hast noch zwei Sekunden Zeit. Oh, passt auf, du hast wieder ein Schnapper. Ja, deswegen konnte ich dich jetzt auch nicht endgültig wiederbeleben. Es hat die Wiederbelebung abgebrochen. Hat mich eingeschleimt. Ich habe eine Kartoffelmähne zerstört, ohne Schaden zu nehmen. Wo? Ich bin Gott. Oh, ich bin ein toter Gott. Damn it. Also irgendwie bringt mir heute der All-Star leider echt kein Glück. Nein! Verbrenn, du dover Schnapper! Ach, verdammt ich. So, ich habe noch eine Kugel abgegriffen und dann bin ich gestorben. Das hat sich vollgebracht. Der hat eine Lache, der Wissenschaftler, ey. Das ist ein Zombie, was erwartest du? So, jetzt machen wir es aber. Brocken und so. Du blockierst mich. Blockiere gerade alles. Ja. Aber ich habe auch getötet. Na, immerhin. Oh, shit. Ich liege hier. Mit Kugel auf dem Bauch. Jetzt ist sie weg. Blöde Sonnenblume. Na, immerhin habe ich jetzt auch mal was getötet. So ein bisschen. Nein. Der war zu schnell. Ups. Das wollte ich eigentlich nicht machen. Was führst du? Was führst du? Sterben! Nein! Warum? Wie er mich eingeschleimt hat und ganz gemütlich um mich rumgelaufen ist, um mich zu fressen. Ich bin kein Futter. Ich esse Gehirne. So muss das laufen. Brains. Das ist aber ein sehr aussiedliches Spiel, ne? Das ist hier wirklich... Macht's doch spannend. Tatam. Das ist schön, wenn man so oft stirbt. Dann kriegt man jedes Mal Erzfeindbonus. Egal, wen man tötet. So kann man es natürlich auch sehen. Ich finde überall was Positives. Ich bin halt immer im Grundwesen ein Optimist. So, wo sind die Feinde? Ich habe doch hier gerade eine Sonnenblume gesehen. Doch keine Halluzination. Wo ist das Stück? Weg. Irgendwo tobt der Krieg, aber nicht da, wo ich bin. Ist das nicht meistens so? Meistens komme ich rein in den Krieg und bin tot. Nein, 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 geh weg. Oh, verdammt. War schön, dass er meine Kugel hat liegen lassen. Interessiert ihn ja auch nicht. Manchmal hat er noch nicht ganz gecheckt, wie es läuft. Lass mich am Leben. Oh Gott, das ist bestimmt so ein Humble-Bumble-Neu-Ding. Oh nein, oh nein, 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 hat mir gerade jemand das Leben gerettet, sodass ich dann von einem anderen Schnapper gefressen werde. Man fühlt sich aber wie neu geboren, wenn man denkt, man ist tot und dann auf einmal erschießt jemand von hinten nochmal schnell den Gegner. Ja, das ist so schön. Aha. Steh unter Beschuss. Ich würde dir gerne zu Hilfe kommen, weil ich bin noch zu weit weg. Komm, dreh dich, dreh dich, nein. Oh, die Maus nicht schnell noch eingestellt. So. Äh, bei uns gibt es aber auch welche, die die Kugel nicht das Mindest zentrisieren. Naja, schon gerade festgestellt. Sonnenblume. Die kriegen wir noch. Beide. Das sind zwei. Zwei. Oh, werde ich doch mal fast wiederbelebt worden. Oh, zwei Vorlagen gekriegt. C, wo ist C, da ist C. Nein. Ah, wir haben dich gerecht. Oh, wie viele Deppi-Kugeln hier sind. Bist du das? Ja, ich bin ja fast bei dir. Bosse Heilung? Nee. Doch. Ja, brauche ich, natürlich. Danke dir. Oh, das ist gut, das ist sehr gut. Herrlich. Jetzt müssen wir aber hier nochmal richtig zulegen. Ach, hat er sich gedacht. Ich komme jetzt erst richtig in Fahrt. Das liegt daran, dass ich wieder ein paar Tage nicht gespielt habe. Da gibt es noch eine Kugel. Hinter die Heilung. Ich wollte erst die Kugel noch mitnehmen. Danke. Ich komme, ich komme, ich komme. Oh, shit. Shit, hier schießt schon wieder. Oh, oh, oh. Rette meine Kugel. Rette meine Kugel. Habe ich so? Habe ich so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Danke. Oh, da ist noch eine von den Pflanzen. Zack. Oh, da ist schon wieder ein Schnapper, ein Schnapper, ein Schnapper. Halt ihn vor der Kugel ab. Verdammt. Schnapper tot. Kugel, Kugel. Da liegen zwei Kugeln. Wo wollt ihr euch? Heilung. Oh Gott, oh Gott, das wird spannend. Das wird so spannend. Oh mein Gott. Jetzt darf niemand mehr sterben von uns. Doch, ich bin gleich tot. Nein. Nein, verpasst es nicht. Ich höre einen Schnapper. Oh, Schnapper sind sympathide, weil die kriegen die Kugel gleich mit. Oh nein, er ist hier unten. Wer hat gewonnen? Nein. Wir hatten doch so ein Siegding, oder? Oder nicht? Warte, warte. Ich weiß nicht. Oh. Jetzt bin ich frustriert. Okay, aber ich kann ein Zickerpaket aufmachen. Tatsache? Ja, Tatsache. Ein Zombos-Rache-Paket. Ting, ting. Hier steht noch zu viel. Ting, ting, ting. Und ich habe den Meeresbiologen freigeschaltet. Schon wieder keine für diese Standardklasse, was ich eigentlich mal wollte. Aber gut. Egal, Meeresbiologen. Passt. Kommt nächstes Mal. Gut. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns auch, ne? Ja, ne? Dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.